Ich selber bin relativ neu beim Chapter Weser. Das ist ein BNI-Chapter. Ich lasse mich noch etwas überraschen, was da passiert. Mein Eindruck bisher ist doch sehr positiv. Durch die Verpflichtung zu Netzwerken, sich vorzustellen, sich auszutauschen, erfährt man etwas über die anderen Mitglieder im Chapter. Man weiß auch ganz genau, was die anderen mitbringen können und auch was man selber seinen eigenen Kunden, die man außerhalb des Chapters hat, einfach auch präsentieren kann. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze für mich entwickelt. Bisher sehe ich rosig in die Zukunft. Ich habe auch schon die eine oder andere Empfehlung bekommen und freue mich einfach erst mal dieses eine Jahr beim Chapter Weser, beim BNI-Chapter Weser zu sein und danach gucken wir mal weiter.